Sommer 2011. Irgendwo im Berliner Regierungsviertel treffen sich zwei Männer zum Spaziergang. Der eine ein CIA-Mann, der andere Günther Heiß, Geheimdienstkoordinator des Kanzleramts. Der CIA-Mann hat brisante Neuigkeiten. Es geht um den Stellvertreter von Günther Heiß, Hans-Josef Vorbeck. Der soll vertrauliche Informationen an Journalisten gegeben haben. Das berichtet der Spiegel. Um seine Mitarbeiter geht es. Das Spiegel-Hauptstadtbüro am Pariser Platz, direkt gegenüber die amerikanische Botschaft. Wie genau der amerikanische Geheimdienst von der Kommunikation zwischen den Spiegel-Journalisten und dem Kanzleramtsmitarbeiter erfahren hat, ist unklar. Wir lernen jetzt, dass offensichtlich zumindest die amerikanischen Geheimdienste, wie möglicherweise auch die russischen und chinesischen, keinerlei Grenzen kennen und auch keinerlei Zurückhaltung haben, wenn es an eine freie Presse kommt. Das verwundert schon fast nicht mehr. Wenn aber stimmt, was der Spiegel recherchiert hat, wirft das auch ein neues Licht auf die Rolle des Kanzleramtes. Der Vorwurf, den wir allerdings hier erheben müssen, ist ganz eindeutig, dass das Kanzleramt 2011 hätte wissen können, dass amerikanische Geheimdienste inmitten von Berlin, im Herzen der deutschen Hauptstadt, abhören. Dass dieses Abhören dem Kanzleramt offensichtlich gilt, möglicherweise auch nicht nur einem oder mehreren Journalisten des Spiegels, sondern vielen Kollegen in Berlin. Und dass damals ganz offensichtlich nichts unternommen worden ist. Denn nach dem konspirativen Spaziergang macht das Kanzleramt offenbar nur eines. Es versetzt Vorbeck. Seine neue Aufgabe? Aufarbeitung der BND-Geschichte. Das Kanzleramt informiert weder die Öffentlichkeit noch die Justiz oder den Bundestag. Zu den Gründen dafür sagt Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nur das. Zu einzelnen Personalfragen äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht öffentlich. Und auch zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten äußert sich die Bundesregierung nur gegenüber den zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages. Das hat sie in diesem Fall bereits getan. Und sie wird es auch gegebenenfalls wieder tun. Das hat sie zum Beispiel im November 2011. Da gab es Nachfragen ans Kanzleramt aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, warum Vorbeck versetzt wurde. Die Antwort? Aus Spargründen. Kein Wort über das Wirken der Amerikaner im Hintergrund. Kein Wort darüber, dass die CIA um ein vertrauliches Treffen in Berlin gebeten hat. Kein Wort darüber, dass Heiß selber nach Washington geflogen ist und in der CIA-Zentrale ein Briefing bekommen hat. Kein Wort davon, dass der Spiegel ganz offensichtlich dort involviert gewesen ist. All dieses ist dem Parlament verschwiegen worden. Auch die betroffenen Journalisten wurden nicht gewarnt. Die Neue Zürcher Zeitung hatte Kontakt zu Hans-Josef Vorbeck. Chefredaktor Erik Guja hätte nie gedacht, dass seine Kommunikation mit ihm überwacht worden sein könnte. Es ist natürlich ein ganz krasser Bruch mit einem ganz wichtigen Prinzip der Medienfreiheit, nämlich dass die Quellen von Journalisten geschützt sind. Dass man nicht mit solchen Mitteln versucht zu eruieren, mit wem hat ein Journalist gesprochen und was war der Inhalt dieser Gespräche. Das ist schon eine flagrante Verletzung aller Standards der Medienfreiheit. Auch Erik Guja versteht das Verhalten des Kanzleramtes nicht. Ich hätte erwartet, dass man bei dem Verbündeten protestiert und sagt, ihr solltet besser nicht das Kanzleramt abhören, schon im eigenen Interesse. Und ich hätte erwartet, dass man vielleicht die beteiligten Medien mal informiert. Es könnte sein, dass nicht die Journalisten das vorrangige Ziel der Ausspähung waren, sondern nur Kanzleramtsmitarbeiter Vorbeck. Im Hintergrund wird sogar über eine Bürointrige gegen ihn spekuliert. Aber selbst dann wären am Ende Journalisten ins Visier geraten. Der Spiegel hat deswegen eine Anzeige bei der Bundesanwaltschaft gestellt. Das gleiche plant das Handelsblatt, dessen Journalisten auch betroffen sind. Die Aussichten auf Erfolg eher dürftig. Die Amerikaner sind diejenigen, die sagen könnten, welche Ziele sie damals ins Visier genommen haben. Darüber werden wir mutmaßlich nicht viel lernen, weil die Amerikaner sich generell einer Aufklärung verweigern. Wir sind gut beraten, davon auszugehen, nach allem, was wir durch Edward Snowden in der NSA-Affäre gelernt haben, dass das gesamte Regierungsviertel in Berlin abgehört wird, dass es abgehört worden ist und bis heute abgehört wird.